Ja, ich bin Creeplord und ich wollte nur sagen, was geht? John und Ronny, ich bin sechs auf YouTube, yeah! I love you so much! Mach weiter du! Yes, what the fuck erstmal, ne? Ich hab das so kurz mal abonniert, ich würde nur sagen... Ja, keine Ahnung. Mir ist langweilig, es ist spät. Ich bin müde. Ja, keine Ahnung, halt rechtlich auf. Ja, äh, hallo, ich möchte so einen Pizza-Fingui bestellen. Wie, aber das war so in der Zeitung und da konnte man Pizza bestellen, ja. Ja, ja, ich ruf vielleicht die Polizei, wenn sie mich noch einmal, ja, Opfer nennen, das ist echt nicht nett, ja. Ja, ja, und wenn sie das noch einmal machen, dann schicke ich die Polizei zu ihnen. Ja, aber ich kann das herausfinden, wo sie wohnen, ja. Ich weiß das. Hallo? 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 Pass lieber auf, Junge, was ich dir jetzt sag, Mann, ich mache nicht Platz, das auf dem Affe, ja, ist klar. Ja, ey, du machst hier den Affen, aber du solltest es nicht riskieren, denn du würdest hier nicht locker, tot, 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 verlieren. Junge, ist mir scheißegal, Johnny und Ronny, ist mir scheißegal, ich fick deine Mutter, ihr Name ist Conny. Was denkst du eigentlich? Ja, du wirst schon mal in Pulla raus. Achtung, spritzt dir ins Gesicht, ey. Ich hab gehört, du hast schon lange gelitten. Es ist kein Wohin, du bist an der Bodega, du hast jetzt hängengetippt, ey. Ist normal. Deine Absintheit ist einfach katastrophal. Du hast gesagt, du machst deine Absintheit, du bist rechtsradikal. Ey, du bist nicht gefahren und mach keine Fassern. Ey, Digga, man, ich bin jetzt hier dran, man nimmt mich einfach das T-T-R-S-Ronald. Ich bin der Beste, der auch aus der Linie, Achtung, nein, ich darf sie jetzt einziehen. Ich kenn dich bei YouTube. Junge, man, das ist nicht gut. Denn ich sehe John und Ronny, Fuck my blood, mir kommt die Wut. Jetzt bin ich am Telefon, John, du bist mein Sohn und Ronny. Pass lieber auf, meine Mutter heißt Conny und dein Pony. Ist mir egal, ey, pass mal auf, Alter. Das ist schon mal die Tatsache, was zählt. Die Duh, ey, ja. Und er lässt ihn so und gibt seinen Türke heran und sagt so Wollah, ja, ich hier ein Kerl und dann sag ich zu ihm, komm ich ne Shisha, boah Sagst du lieber nicht, ich brauch keine Shisha, ich sag halt deinen Maul, du Spass, du bist ein Arschkriecher Du von mir, der hat mich erst mal geschockt, dicker, da ist er denn mit dem Red, 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 Redlobs Egal, das ist ne Atze von mir, er würd's irgendwann mal kapieren, aber pass lieber auf, du musst dich evakuieren Denn ich bin in deinem Staat, also hörst du, was ich dir gesagt habe, das ist Freestyle-Rap, alles klar, alles klar Wenn ich jetzt hier am Telefon bin und sag jetzt lieber auf, du Pender, wenn ich vor der Brücke spring, bin ich vor dir Du ein Pädophil, man, ich hab dich anvisiert, ja, du bist in meinem Ziel, es ist jetzt da Es ist A-U-K-S, man, ich geb dir einen Tipp, mach lieber keinem Stress, deine Mutter Gib dir Hausarrest, deine ganze Sippe hat die Schweinepest, yeah John und Ronny, alles gut, ey, sie müssen mich erst mal dickfettbessen bei YouTube, alles klar Tool and true, ja, das ist mir egal, Junge, mach ich auch auf YouTube, gut gut, 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 gut Okay, Alter, das war Taste Warner mit dem Rap-Rap-Rap-Rap-History 2010 Jetzt könnt ihr das auch mal englisch verstehen, das ist ja mein Emblem, was hier ist, mein Leben, ihr könnt es nicht sehen Ich werd euch was erzählen, von wegen, ihr wollt euch gitschit die Haare gerne, ey, pass auf Probierten wir das auch mal tailored. Also freuen wir uns бар social nervig vor, wenn euch da movies auf Youtube Untertitelung des ZDF, 2020